Dimitrina lernt Deutsch. Mit ihr nehmen noch weitere junge Frauen das Sprachkursangebot von Mamica in Wuppertal in Anspruch. Mamica nennt sich seit 2013 das Projekt der Wuppertaler Caritas, für das Kardinal Woelki Spenden sammelt. Ja, also das ist so, dass wir in dem Mamica-Projekt jetzt ja auf die Unterstützung von der Caritas-Stiftung vertrauen. Und es ist so, dass wir aber in dem Budget sehr begrenzt sind. Wir können uns wirklich nur den Sprachkurs und die Maßnahmen leisten und sind natürlich auch sehr glücklich darüber, dass Kardinal Woelki dieses Projekt unterstützt. Und freuen uns über jeden Cent, der auch gespendet wird, weil es auch gebraucht wird und auch verwertet wird und auch sinnvoll genutzt wird.